Depressionen sind ja ein riesiges Feld vom Krankheitsbild her. Und genauso sind die Antidepressiva, mit denen sie vermeintlich behandelt werden sollen, auch ein großes Feld. Wie ordnest du das ein? Du hast recht. Depressionen werden wirklich sehr häufig diagnostiziert und Antidepressiva werden dann auch sehr gerne verschrieben. Das liegt vielleicht auch daran, dass das Wort so nahe legt, dass die gegen Depressionen helfen müssten. Denn sie heißen ja Antidepressiva. Tatsächlich lohnt es sich aber sehr, differenziert hinzugucken, in welcher Indikation helfen Antidepressiva, bei welcher Krankheitsschwere, wie lang helfen Antidepressiva. Und je heller man das Feld beleuchtet, desto klarer wird einem, in manchen Bereichen sind die sehr hilfreich und in manchen Bereichen werden die auch überschätzt. So ist es beispielsweise so, dass Antidepressiva sehr gut gegen Angsterkrankungen und Zwangserkrankungen wirken. Und sie wirken auch gut gegen schwere Depressionen. Das ist ja das, was die Kirsch-Studie schon vor mehreren Jahrzehnten herausgefunden hat. Bei sehr schweren depressiven Episoden sind Antidepressiva wirksam. Und trotz aller Kritik an der Kirsch-Studie und an den Antidepressiva kommt immer wieder raus, dieser Befund stimmt. Aber gerade im Bereich der leichteren und mittelgradigen Depressionen ist das Ergebnis eben anders. Da kam immer schon bei den Studien raus, hier ist der Stellenwert allenfalls mäßig, vielleicht auch gering. Viel wichtiger ist der Stellenwert der Psychotherapie bei leichten Depressionen. Und das empfehlen auch die Leitlinien. Aber genau das hat sich noch nicht so richtig in die Realität umgesetzt. Auch bei leichten, psychoreaktiven Depressionen werden Antidepressiva oft sehr hoffnungsvoll eingesetzt. Und dann ist die Enttäuschung auch groß, wenn die nicht so viel bringen. Und ich denke manchmal auch, es ist schade, wenn dann andere Interventionen wie eben Psychotherapie nicht angewendet werden, obwohl sie hier viel hilfreicher sein könnten. Antidepressiva sind also kein Heilmittel. Du sagtest jetzt, dass generell diese Antidepressiva aber häufig verschrieben werden, auch bei leichten Depressionen schon. Ist das was, was von den Patienten ausgeht? Also dieser Wunsch, der vielleicht an den Arzt ran getragen wird, ich möchte gerne eine Pille dagegen. Oder ist das was, was vielleicht auch von den Ärzten selber kommt, das eher verschrieben als eben betreut wird? Ich erlebe beides. Patienten wünschen sich auch schon eine medikamentöse Unterstützung, heißt es oft, und haben auch oft das Bild im Kopf, da ist etwas mit den Neurotransmittern im Ungleichgewicht und das Medikament könnte das schon richten. Und wenn es vier bis sechs Wochen dauert, dann nimmt man das eben in Kauf. Aber es soll schon ein Medikament was ändern. Viele Patienten sind da sogar recht fixiert drauf. Aber ich erlebe natürlich auch bei Ärzten, dass die sich sagen, diese Sprechstunde dauert jetzt zehn Minuten pro Patient. Und da muss ich auch schnell eine Lösung finden, Psychotherapie zu organisieren. Es ist sehr aufwendig und dauert auch manchmal lang. Wenn ich dann nun ein Antidepressivum verordnen kann, dann ist ja auch geholfen und dann sind wir beide doch zufrieden, auch wenn das vielleicht nicht die zielführendste Intervention ist. Aber Antidepressiva gar nicht mehr zu verordnen, dafür bist du auch nicht. Man soll schon den Patienten fragen, was er sich davon verspricht und soll sich auch ein eigenes Bild davon machen, ob das eine realistische Erwartung ist. Bestimmte Probleme können auch durch Antidepressiva bei leichten Problemen angegangen werden. Es gibt zum Beispiel beruhigende Antidepressiva, die auch schon mal den Schlaf verbessern. Und das ist auch gar nichts Ehrenrühriges. Wenn das einem hilft, wieder zu Kräften zu kommen, ist es gut. Wenn aber jemand Probleme in der Partnerschaft und Stress beim Beruf hat und das ihn traurig macht, dann hilft es sicher nichts, einfach nur ein Antidepressivum zu verschreiben und zu sagen, jetzt warte mal vier Wochen. Dann würde ich auch, wenn mich jemand darum bittet, sagen, das kann nicht die Lösung des Problems sein. Und das unterstützt nicht mal viel, sondern da dürfen Sie sich einfach nichts von versprechen. Sie müssen jetzt andere Änderungen in Ihrem Leben angehen. Sie müssen jetzt überlegen, wie Sie diese Probleme lösen. Dann wird es erst besser. Es wird dann immer wieder gesagt, manche Patienten sind so krank, dass man erst mal ein Medikament geben muss, damit die Patienten besser dran sind, damit überhaupt Psychotherapie oder Lebensstiländerungen möglich sind. Und das stimmt auch für die sehr schwergradigen Depressionen. Aber in dem Beispiel, das ich jetzt genannt habe, wäre es wirklich so, da sollte man sagen, das Medikament wird Ihnen keine Abhilfe schaffen. Hier sollten Sie auf Psychotherapie fokussieren. Erschwerend kommt ja auch noch hinzu, dass die Studienlage zu Antidepressiva so schwierig ist. Da hast du auch ein Video zu gemacht. Was ist dir dabei besonders aufgefallen? Die Erforschung der Antidepressiva ist ja schon vor vielen Jahrzehnten begonnen worden und viele von den Wirksamkeitsnachweisen beziehen sich immer noch auf Studien aus dieser Zeit. Und oft wurden da Patienten in psychiatrischen Krankenhäusern untersucht, die unter schweren Depressionen gelitten haben. Patienten mit leichtgradigen und mittelgradigen Depressionen, Patienten mit eher psychoreaktiven Depressionen sind in viele dieser Studien gar nicht so eingegangen. Und selbst bei diesem Studienkollektiv waren die Effekte oft milde. Und deswegen glaube ich, dass die Wirkung auf psychoreaktive Depressionen auch überbewertet werden kann. Wenn Medikamente also nicht in jedem Fall helfen, was ist dann neben der Psychotherapie etwas, was der Arzt dem Patienten noch empfehlen kann? Alle Maßnahmen, die den Stress reduzieren und die Regeneration fördern, können hilfreich sein in der Genesung. Und Sport spielt, glaube ich, eine ganz besonders große Rolle. Für manche ist das Yoga, für andere ist das Ausdauersport, für Dritte ist das ein Teamsport. Aber alle diese Aktivitäten helfen wieder zu Kräften zu kommen und sollten genutzt werden. Und manchmal gibt es auch in der Lebensführung Möglichkeiten, schwierige Bereiche zu vereinfachen oder sich auf Dinge zu konzentrieren, die einem Kraft geben. Auch das sollte man nutzen. Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne.